Am Abend des 4. Juni 2014 ruft ein Zeuge bei der Polizei im Munkern New Brunswick, Kanada an und berichtet, dass er einen Mann gesehen hat, der in Tarnkleidung dem Bürgersteig entlang ging und ein Gewehr und eine Schrotflinde in den Händen hielt. So etwas sieht man nicht jeden Tag, vor allem nicht in Moncton. Und obwohl dies an sich schon besorgniserregend war, annte niemand, dass dieser Mann im Begriff war, eine massive Schießerei zu veranstalten, bei der drei Polizeibeamte ums Leben kommen würden. Erst nach einer 28-stündigen Fahndung und einer Patz-Situation wurde bekannt, was den 24-jährigen Justin Bocquet dazu veranlasste, einen derart gewalttätigen Angriff zu verüben, der die Gemeinde und die gesamte Provinz in Angst und Schrecken versetzte. Justin Bocquet wurde am 12. November 1989 in Moncton, New Brunswick geboren. Justin war eines von sieben Kindern. Er war der drittälteste und hatte fünf Schwestern und einen Bruder. Es wird berichtet, dass er in einer sehr strengen christlichen Familie aufwuchs. Die Bocquets lehrten ihre Kinder, das menschliche Leben über alles andere zu stellen. Sie verurteilten Dinge wie Abtreibung, Sterbehilfe und alle Formen von Gewalt aufs Schärfste. Und sie waren definitiv gegen Waffen. Jeden Sonntag war es für die Bocquets an der Zeit, sich in ihre besten Kleider zu werfen und die Messe in der katholischen Kirche Christ Roy zu besuchen. Justin wurde sein ganzes Leben lang zu Hause unterrichtet. Viele Leute führen dies als Grund für das an, was Justin werden sollte. Aber wenn man mit Justins Geschwistern spricht, hatten die Kinder der Familie alle ein wirklich gutes Leben zu Hause. Sie wurden nicht missbraucht, waren gesund und wurden gut versorgt. Und sie waren eine ziemlich eng verbundene Familie. Die Bocquets gehörten zur Mittelschicht. Und da sie so viele Münder zu füttern hatten, fanden es viele in der Gemeinde, die sie kannten, beeindruckend, wie sie ohne große Probleme zurechtkamen. Sie lebten im Rahmen ihrer Möglichkeiten in einem relativ kleinen Haus, wenn man bedenkt, wie viele Menschen dort lebten. Und der Familienvater, Victor Bocchi, hatte zwei Jobs, um sicherzustellen, dass sie immer genug zum Essen hatten. Das ist wirklich beeindruckend. Er arbeitete seine Schicht in einer Zahnarztpraxis, ging nach Hause, zog sich um und begann dann seine Schicht als Parkplatzwächter. Währenddessen kümmerte sich Justins Mutter Denise um die Kinder, den Hausunterricht, den Haushalt und das Kochen. Es ist leicht zu erkennen, dass in der Familie Bocquet wirklich alle zusammenarbeiten mussten, um alles am Laufen zu halten. Als Kind wurde Justin als sehr witzig beschrieben. Und er war für seine urkomischen Nachahmungen bekannt. Anscheinend war er ziemlich gut in Nachahmungen von Bill Cosby. Er durfte Fernsehen, Videospiele spielen und Musik hören, die etwas härter war. Und obwohl seine Eltern das definitiv nicht mochten, erlaubten sie Justin dennoch, seine eigenen Interessen zu verfolgen. Justins Haus war ein beliebter Treffpunkt für seine Freunde. Sie kam vorbei, um Videospiele zu spielen und sogar mit der Familie zu Abend zu essen. Viele von ihnen nannten Justins Eltern Mama und Papa. Sie fühlten sich bei ihnen immer willkommen und verbrachten viel Zeit mit ihnen. Als er etwas älter wurde und in das Teenager-Alter kam, fing Justin an, Heavy Metal und Spiele wie Call of Duty zu mögen, wie jeder andere typische Teenager auch. Er teilte sich ein Schlafzimmer mit seinem kleinen Bruder und fand dennoch einen Weg, alle Poster seiner Lieblingsband wie der Heavy Metal Band Megadeth stolz zu präsentieren. Und trotz der Bemühungen seiner Eltern, ihn davon abzubringen, interessierte sich Justin sehr für Waffen. Als er etwa 19 Jahre alt war, nahm er einen Job im Walmart an, um Geld zu sparen und sich seine eigenen Waffen zu kaufen, darunter ein M305-Gewehr, das er über alles liebte. Diejenigen, die ihn damals kannten, haben gesagt, dass seine Liebe zu Waffen damals völlig harmlos war. Er war ein sehr verantwortungsbewusster und ernsthafter Sportschütze. Er kümmerte sich gut um seine Waffen und sorgte dafür, dass sie ordnungsgemäß registriert und aufbewahrt wurden und er sie sicher benutzen konnte, wenn er zum Schießen ging. Einem Arbeitskollegen namens Tim Doquette zufolge, der mit Justin bei Walmart gearbeitet hat, war er die vorsichtigste Person mit einer Waffe. Wenn man im Umgang mit der Waffe nicht sicher war, kann man nie wieder mit seiner Waffe in Berührung. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich seine Eltern damals nicht wirklich Sorgen machten, ebenso wenig wie seine engsten Freunde, die ihn als einen der loyalsten und freundlichsten Menschen bezeichneten, die sie kannten. Deshalb konnte auch niemand die Ereignisse vorhersehen, die nur wenige Jahre später eintraten. Als Justin eine Art psychischen Zusammenbruch zu erleben schien, paranoid und hasserfüllt wurde und tödlich. Mit Anfang 20 begann sich Justins Verhalten langsam, aber merklich zu verändern. Die meiste Zeit über war er weiterhin der lustige Freund der Gruppe und brachte alle mit seinen Nachahmungen zum Lachen. Doch innerlich begann er die Welt mit anderen Augen zu sehen. Er begann unter Angstzuständen und Unruhe zu leiden. Er machte sich ständig Sorgen über Kriege und Ungerechtigkeiten, die überall auf der Welt geschahen. Justins Eltern machten sich wegen dieser starken Veränderung seiner Gedanken, seines Benehmens und seiner Einstellung Sorgen. Vor allem aber, weil er mehrere Waffen besaß. Irgendwann sprachen sie sogar mit den Strafverfolgungsbehörden, um herauszufinden, welche Möglichkeiten sie haben, weil sie befürchteten, er könnte ausrasten und sich selbst verletzen. Sie hatten nicht einmal daran gedacht, dass er jemand anderen verletzen könnte. Aber natürlich konnte die Polizei nichts tun. Justin besaß seine Waffen legal und war nach allem, was man hört, ein verantwortungsbewusster Waffenbesitzer, der die Gesetze befolgte. Im Jahr 2013 kaufte Justin eine zweite Waffe und zu diesem Zeitpunkt stellten ihm seine Eltern im Grunde ein Ultimatum. Entweder er wird die Waffen los oder er zieht aus dem Haus aus. Er entschied sich, aus dem Haus seiner Eltern auszuziehen, um mit ein paar Freunden in einen Wohnwagenpark in der Nachbarschaft des Ryder Park zu ziehen. Er kündigte seinen Job bei Walmart und begann, in einem Vertriebslager namens Raleys Wholesale zu arbeiten. Jetzt, wo er im Wohnwagen 13 lebte, hatte er etwas mehr Freiheit, das zu tun, was er wollte. Zum Beispiel mehr zu trinken und Gras zu rauchen. Es war ein Ort, an dem sich die Freunde trafen, um sich zuzudröhnen, zu betrinken und Videospiele zu spielen. Es gab nicht viel Mobiliar, aber das war ihnen egal. Es war ein Ort zum Abhängen. Mit seinen Freunden war er zwar immer noch ein Spaßvogel, aber wenn er sich zudröhnte, geriet er in politische Tiraden. Obwohl er Kanadier war, war er sehr gegen Obama und regte sich über die Vorstellung auf, dass Obama wiedergewählt werden könnte. Sagen wir es mal so, wäre er Amerikaner, wäre er knallhart rechts eingestellt gewesen. Er postete in seinen sozialen Netzwerken Witze über das Recht, Waffen zu tragen, teilte mit, wie unterdrückerisch die kanadische Regierung sei und er begann auch, sich über die Polizei und ihre Unfähigkeit zu äußern. Eines Tages beschloss er dann, seine sozialen Medien, in denen er normalerweise recht aktiv war, ganz abzuschalten. Er löschte sein Facebook-Konto, wodurch alle seine Erinnerungen und Fotos mit seinen Freunden auch gelöscht wurden. Und dann, im Sommer 2013, kam es zu einem Vorfall, an dem die örtliche Polizei und ein Mann beteiligt waren, von dem viele glauben, dass er etwas in Justin auslöste. Die Beamten erhielten Berichte über einen Mann, der versuchte, in ein Fahrzeug einzubrechen. Berichten zufolge versuchte der 30-jährige Daniel Levesque, ein Auto zu stehlen, bemerkte jedoch nicht, dass der Besitzer des Fahrzeugs zwischen seinen Schichten ein Nickerchen im Auto machte. Levesque floh mit einem Messer bewaffnet vom Tatort und die Polizei brauchte etwa eine Stunde, um ihn aufzuspüren. Als sie den Verdächtigen fanden, blutete er aus mehreren Stichwunden. Das Merkwürdige daran ist, dass die Polizei immer noch nicht weiß, wie er sich diese Stichwunden zugezogen hat, ob sie selbst zugefügt wurden oder nicht, aber er hatte das Messer immer noch in der Hand und weigerte sich, es wegzulegen, als die Beamten ihn dazu aufforderten. Die Polizei schoss viermal auf den Verdächtigen, weil er mit dem Messer aggressiv auf sie zugegangen war und er starb. Später stellte sich heraus, dass die Stichwunden der eigentliche Grund für seinen Tod waren und die Schusswunden nicht tödlich waren. Aber das wusste Justin nicht und er war stinksauer. Er schimpfte stundenlang darüber und sagte, dass die Polizei mit einem Mord davongekommen sei. Dies verstärkt sein Misstrauen, ja sogar seinen Hass auf die Strafverfolgungsbehörden. In jenem Jahr verbrachte er Weihnachten bei seiner Familie und sie alle bemerkten sofort eine Veränderung an ihm, als er zu Besuch war. Sie versuchten mit ihm zu reden, um herauszufinden, was los war und um ihm zu helfen, aber er wollte nicht darüber reden und er wollte definitiv keine Hilfe. Anfang 2014 erstellte Justin ein neues Facebook-Profil mit einem Bild, auf dem er mit ein paar Freunden im Schnee steht, eine grüne Armeejacke trägt, eine Waffe in der Hand hält und etwa ein Dutzend verbrauchter Patronhülsen zu seinen Füßen auf dem Boden liegen hat. Und er füllte seinen Feed mit Beschimpfungen gegen die Regierung. In einem Posting hieß es, wir leben unter ihrer Herrschaft, unter kronenlosen Königen. Wenn das Volk nicht aufpasst, kämpft und die 1% vernichtet, ist der Kampf für die Zukunft verloren, denn das neue Zeitalter der Tyrannen hat uns bereits erreicht. Auf einem anderen Stand, freie Männer bitten nicht um Erlaubnis, Waffen zu tragen. Am 23. Mai hielt die Polizei eine Pressekonferenz ab, auf der sie die Ergebnisse ihrer Ermittlungen im Zusammenhang mit der Erschießung von Daniel Levesque bekannt gab. Sie gaben bekannt, dass alle Polizisten, die auf ihn geschossen hatten, entlastet wurden, da keine ihrer Kugeln ein lebenswichtiges Organ getroffen hatte und er letztlich an den Stichwunden gestorben war. Nach Aussage von Justins Freunden hat ihm das nicht gepasst. Ihr Freispruch machte ihn unglaublich wütend. In den nächsten zwei Wochen veröffentlichte er weitere polizeifeindliche Posts in seinem sozialen Medien. Am 4. Juni postete er ein Zitat von Dave Chappell. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ein Polizist dich anhält, weil das Licht aus ist? Aber wenn dein Auto eine Panne hat, fahren sie einfach an dir vorbei. Dann ging er zu seinen Eltern zum Abendessen. Seine Schwester fragte ihn, warum er an diesem Abend nicht bei der Arbeit war und er erklärte, er habe sich krank gemeldet. Er vermied den Blickkontakt und ging dann mit einem Freund in ein Jagdgeschäft, um Munition zu kaufen. Der Freund dachte sich nichts dabei. Sie hatten schon oft zusammen Munition für die Jagd gekauft. Dann ging Justin nach Hause und bereitete seine Gewehre vor. Er schnappte sich einige große Messer und einen Munitionsgürtel, eine Pump-Action-Schrotflinte und ein halbautomatisches Gewehr M305, das er bei einem ausländischen Lieferanten bestellt hatte. Sein wertvollster Besitz. Es dauerte nicht lange, bis bei der Notrufnummer 911 Anrufe eingingen, in denen ein Mann mit Waffen auf der Straße gesichtet wurde. Aber das war alles Teil von Justins Plan. Seine Falle war vorbereitet. Innerhalb von 20 Minuten waren zwölf Polizisten am Tatort, während Justin sich in den Wald zurückzog. Die Polizisten errichteten eine Absperrung und versuchten, Sichtkontakt mit Justin zu halten, während sie auf die Polizeihunde warteten, die in wenigen Minuten eintreffen sollten. Aber Justin wartete nicht. Er begann, das Feuer auf die Polizeibeamten zu eröffnen, woraufhin ein Polizist rief, hey, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Justin gab daraufhin drei weitere Schüsse auf die Polizisten ab, die allesamt ihr Zähl verfehlten. Als ein Polizist jedoch versuchte, über Funk Einzelheiten zu erfahren, gab Justin mehrere weitere Schüsse ab und traf einen Polizisten aus etwa 30 Metern Entfernung zweimal in den Oberkörper. Er war fast augenblicklich tot. Justin rannte los, bis er auf den Polizisten David Ross traf, der mit einem Polizeigeländewagen die Straße entlang fuhr. Ross feierte zwei Schüsse durch die Windschutzscheibe auf Justin ab, die ihn jedoch verfehlten, woraufhin Justin das Feuer mit seiner M14 erwiderte und sechs Schüsse auf ihn abfeuerte. Ross wurde zweimal in die Hand und in die linke Schulter geschossen. Ein dritter, tödlicher Schuss wurde in den Kopf abgegeben. Polizistin Darlene Gorgun kam um 19.59 Uhr am Tatort an, als Justin das Feuer auf ihr Fahrzeug eröffnete. Auf den Tonaufnahmen ihrer Dashcam war zu hören, wie sie schrie. Ich bin angeschossen worden. Mir wurde in den Kopf geschossen. Ich wurde zweimal angeschossen. Ich wurde in den rechten Arm geschossen. Jemand muss mir helfen. 23 Sekunden, nachdem sie angeschossen wurde, traf Polizist Eric-Stefan Dubuyos ein, der ebenfalls angeschossen wurde. Um 20.04 Uhr erschien der Polizist Douglas Larch, der in Zivil, aber auch in Schutzkleidung und mit einer Schrotflinte bewaffnet war, am Tatort. Zu diesem Zeitpunkt versteckte sich Justin hinter den Bäumen und feuerte vier Schüsse auf ihn ab. Larch konnte nichts sehen, dass Justin sich versteckte und wurde tödlich in den Hals geschossen, als er versuchte, hinter seinem Auto in Deckung zu gehen. Innerhalb von 20 Minuten nach den Eintreffen der ersten Polizisten tötete Justin drei Polizisten und verwundete zwei weitere. Es war ganz klar, wer sein Ziel war, denn er versuchte sogar, nicht in der Nähe von Zivilisten zu schießen. Er hatte es gezielt auf Polizeibeamte abgesehen. Das nördliche Ende der Stadt wurde komplett abgeriegelt und kurz nach 22 Uhr an diesem Abend verbreitete die Polizeibehörde das erste Foto des Verdächtigen, der in seiner Tarnkleidung und mit einem Gewehr in der Hand zu sehen war. Es dauerte nicht lange, bis Justins Freunde und Familie ihn als den Schützen identifizierten. Es folgte eine 30-stündige Verfolgungsjagd. Justin versteckte sich weiterhin im Wald und weigerte sich aufzugeben und die Polizei hatte keine andere Wahl, als abzuwarten, um nicht noch mehr Opfer zu fordern. Die Polizei aus ganz New Brunswick und Kanada sowie ein Flugzeug mit Infrarotsuchfunktion waren erforderlich, um die Fahndung zu beenden. Mit Hilfe von Transport Kanada, die das Flugzeug zur Verfügung stellten, konnte die Polizei Justins genauen Aufenthaltsort im Wald ausfindig machen und ihn zwingen, sich zu stellen. Im Polizeigewahrsam soll Justin gesagt haben, er sei stolz darauf, dass er Polizeibeamte getötet hat. Justin sagte, Nun, ehrlich gesagt, ich weiß, dass sich das ziemlich bescheuert anhören wird, aber ich fühlte mich tatsächlich ziemlich vollendet. Ich weiß, er denkt wahrscheinlich, dass das wirklich krank ist, aber, ähm, wisst ihr, es ist einfach, ähm, wenn man sieht, was im Laufe der Jahrhunderte passiert ist und wir vergleichen einfach, was hier passiert ist, wisst ihr, es ist einfach, es ist traurig, dass sie vielleicht eine Frau und Kinder hatten, aber jeder Soldat hat eine Frau und Kinder, richtig. Und es geht nur darum, auf wessen Seite man steht. Und sie haben die falsche gewählt. Er wurde des dreifachen Mordes ersten Grades angeklagt, einen für jeden erschossenen Polizeibeamten und zwei Anklagen wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit den überlebenden Beamten. Justin bekannte sich in drei Fällen des Mordes ersten Grades und in zwei Fällen des versuchten Mordes schuldig. Vor Gericht nahm er eine ganz andere Haltung zu seinen Taten ein und entschuldige sich bei den Familien der getöteten Beamten. Dies sagte er bei seiner Verurteilung. Ich habe viel darüber nachgedacht, auch über die Familie hier. Ich bin verängstigt. Zu hören und zu sehen, wie ich auf dem Video wie ein arroganter Misskehr spreche, als ob das für mich nichts wäre. Ich möchte, dass die Familien wissen, dass der Tod ihrer Ehemänner, Söhne, Brüder und Freunde etwas für mich bedeutet. Alles, was ich gesagt habe, war Hass. Ich habe mich selbst bemitleidet. Arroganz. Zwei bis drei Tage später sehe ich nichts Gutes. Nein, nichts, worauf man stolz sein könnte. Ich bin kein Soldat. Ich habe den einfachen Weg gewählt. Ich habe nichts Gutes getan. Nichts, worauf ich stolz sein könnte. Und damit muss ich für den Rest meines Lebens leben. Eine Entschuldigung ist fast nutzlos, aber es tut mir leid. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Justin Bocquet erhielt zweimal lebenslänglich für die beiden versuchten Morde und dreimal 25 Jahre Mindeststrafe für die drei vorsätzlichen Morde ohne die Möglichkeit der Bewährung für 75 Jahre. Dies ist die härteste Strafe, die seit der Abschaffung der Todesstrafe in Kanada im Jahr 67 verhängt wurde. Und Justin hat sie absolut verdient. Durch seinen gewalttätigen Amoklauf verloren drei Frauen ihre Ehemänner und sechs Kinder ihre Väter. Die Stadt wurde terrorisiert und ist immer noch traumatisiert über das, was in ihrer normalerweise ruhigen und beschaulichen Stadt geschah. Nach dem Vorfall hofften viele Menschen auf eine Verschärfung der Waffengesetze. Justin war ein legaler Waffenbesitzer. Er hatte keine kriminelle Vergangenheit. Er hatte seine Waffen registriert. Er hatte einen Waffenschein. Ähnlich wie die Amerikaner haben auch die Kanadier eine lange Tradition im Besitz von Waffen, die vor allem für die Jagd verwendet werden. Anders als in vielen amerikanischen Bundesstaaten gibt es in Kanada keine Gesetze zum offenen Tragen von Waffen. Es gibt mehr Beschränkungen für die Art der Waffen, die man besitzen darf. Aber es ist immer noch ein Kampf darum, wer mehr Rechte hat. Legale Waffenbesitzer oder diejenigen, die nicht riskieren wollen, dass ein legaler Waffenbesitzer ihnen das Leben nimmt. Justin wird wahrscheinlich im Gefängnis sterben. Aber das scheint ihn nicht davon abgehalten zu haben, ein Leben zu führen. Im Jahr 2018 wurde ein Artikel veröffentlicht, der besagt, dass Justin ein Profil auf einer Webseite für gefangene Partnervermittlung erstellt hat. In seinem Profil stand, dass er Fernsehen und Filme mag und nach Frauen sucht, mit denen er korrespondieren kann. Das Widerliche an der ganzen Sache ist, dass man einfach weiß, dass es Frauen gibt, die ihre Briefe und Fotos eingeschickt haben. Im Jahr 2020 überlebte er eine Überdosis, während er hinter Gittern saß, wobei nicht bekannt ist, ob es sich dabei um eine absichtliche oder versehentliche Überdosis handelte. Während viele Leute seinen Eltern und ihre strengen Regeln die Schuld geben, denken andere, dass psychische Probleme im Vordergrund standen, was auch immer in Justins Gehirn vorging. Und das ist etwas, womit er für den Rest seines Lebens hinter Gittern weiterkämpfen muss. Es ist eine wichtige Erinnerung daran, dass Polizeibeamte jeden Tag ihr Leben aufs Spiel setzen, auch wenn man nicht immer mit den Gesetzen oder dem Verhalten einzelner Personen einverstanden ist. Es gibt noch viel Raum für Verbesserungen bei der Waffenreform, der Polizeiausbildung und der Rechenschaftspflicht. Aber die meisten Polizeibeamten riskieren ihr Leben für die Sicherheit der Menschen und dafür gebührt ihnen absoluter Respekt und Dank. Was ist eure Meinung zu diesem Fall?